Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Heute Teil 2 zu How to Cheat Deus Ex Mankind Divided. Da habe ich jetzt nämlich herausgefunden, wie wir uns Geld cheaten können. Und deswegen einfach rein und los geht's. Let's go. Wir sind jetzt hier wieder am Anfang. Ich bin jetzt hier runtergesprungen. Ich habe mich so ein bisschen in diesem Gebiet mal umgeguckt, dass es in Form von diesen Credit Chips hier passiert. Und hier gibt es am Anfang tatsächlich schon ein paar. Ich denke, im ganzen Spiel sind überall welche verteilt. Sammle ich diesen Credit Chip auf und dann gehe ich einfach von Credit Chip zu Credit Chip. Ihr werdet das dazwischen nicht sehen. Das werde ich cutten. Gut, ich nehme jetzt hier bei den ersten auf. Dann sind wir jetzt bei 127. Das können wir jetzt einmal in unserer Cheat Engine danach suchen. Wir starten einmal unsere Cheat Engine, wählen hier Deus Ex Mankind Divided. Wieder immer noch gleiche Version, gleiche Bildnummer. Wählen wir aus und suchen nach unseren 126. Exact Value for Byte. Passt auch soweit. Genau. Und wie gesagt, jetzt gibt es einen kurzen Cut, weil jetzt gehe ich zum nächsten Credit Chip, den es einzusammeln gibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier liegt der nächste Credit Chip. Der ist jetzt hier. Kann man auch hier sehen, die sind schon rot. Die haben sich schon verändert, dadurch, dass ich hierher gelaufen bin. Kann man jetzt so schon nochmal nach den 126 nochmal filtern. Und schon mal weniger geworden. Und jetzt würde ich sagen, sammeln wir den Credit Chip ein. Zack. 511 Credits haben wir jetzt. Nach denen filtern wir jetzt. 511. Next Scan. Dann gehe ich jetzt nochmal ins Spiel zurück. Und hole mir den nächsten Credit Chip. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bei dieser Leiche ist der nächste Credit Chip. Hier liegt dieser Bauarbeiter rum. Der hat auch einen Credit Chip dabei. Sammeln jetzt den Credit Chip ein. Und ich denke, das war es dann auch. Wenn wir den jetzt einsammeln. Das war jetzt nochmal plus 13 Credits. Wir sind mal bei 524. Dann filtern wir das nochmal. 524. Next. Ah, hier ist der nächste Credit Chip. Den sammle ich jetzt mal ein. Und dann sind wir jetzt bei 566. 566. Next Scan. Bleibt immer noch gleich. Also hier sind immer auch die gleichen 12 Adressen. Das verändert sich nicht mehr. Dann nehmen wir jetzt mal diese Werte. Und schieben die mit dem roten Pfeil nach unten. Das sind jetzt unsere 8 Werte. Die alle gleich bleiben. Also die verändern sich nicht mehr. Dann nehmen wir die jetzt mit dem Rechtsklick. Change Record. Value. Und machen aus dem 566. 5,6 Millionen. So. Okay. Wenn wir jetzt ins Spiel zurückgehen. Müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal. Ne. Müssen wir gar nichts mehr aufsammeln. Hat er direkt aktualisiert. Ich muss das Inventar nur schließen. Da sind jetzt unsere 5,6 Millionen Credits. Und die könnte ich jetzt wahrscheinlich sogar noch höher machen. Ich probiere es mal aus. Was sowohl das Maximum liegt. Wir gehen mal auf. Ich würde mal sagen 900 Millionen. Hätte ich direkt gesagt. 9,9. 990. Und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. 990 Millionen. Schauen wir mal. Ob das Spiel das frisst. Ja. Frisst da immer noch. Ich denke wir können sogar mehr machen. Probieren wir gleich mal aus. Change Record. Value. Fügen wir mal noch eine. Eine 1 vorne an. Das sind 1, 1 Milliarde 900 Millionen. Also fast 2 Milliarden. Schauen wir mal. Ja. Hat er auch noch gefressen. Also seht. Das nimmt er auch noch. Also ich könnte da wahrscheinlich jetzt sogar noch 9 Milliarden eingeben. Schauen wir mal. Ob das auch noch geht. Da ist jetzt das Maximum erreicht. Da habt ihr gesehen wie er jetzt umgesprungen ist. 1,4 Milliarden ist er umgesprungen jetzt. Also er hat jetzt gemerkt. Okay der Wert war viel, viel, viel zu hoch. Aber er hat jetzt den Maximalwert genommen. Der möglich ist. Also das Spiel hat das jetzt gefressen. Hat aber gecheckt. Okay der Wert ist zu hoch. Ist nicht wieder auf 0 runtergesprungen. Sondern hat einfach den Maximalwert genommen. So hier. Das ist 1,4 Milliarden. Der Maximalwert. War es das für heute. Danke fürs Zusehen. Hoffe es hat euch gefallen. War mal wieder ein etwas kürzeres, knapperes Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch das so gefällt. Oder mögt ihr eher die längeren. Würde mich immer interessieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal wieder die Videos so ein bisschen knapper halten. Habt einen schönen Tag. Schönen Abend. Macht es euch gemütlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Cheerio.